Die Mehrheit der Deutschen ist Umfragen zufolge der Überzeugung, dass sich jeder nur um sich selbst kümmert und unsere Gesellschaft immer egoistischer wird. Doch stimmt das wirklich? Dieser Frage geht das interaktive Talkformat Wie egoistisch bist du nach, das heute um 21 Uhr hier auf Tagesschau24 läuft. Dabei treffen sechs Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten aufeinander und es geht darum herauszufinden, wann wir nur zu unserem eigenen Vorteil handeln. Gemeinsam diskutieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Vorstellungen und beziehen sich auf einem Spielfeld buchstäblich um Stellung. Wir schauen mal kurz rein. Die erste Aussage, sich an der Kasse vorzudrängeln, ist das egoistisch? Letztens hatte ich ein Erlebnis, da hat eine Dame gefragt, ob sie nach vorne darf. Sie hatte ein Kind halt noch dabei. Okay, das ist aber was anderes. Und ich hatte keinen Zeitdruck, denn ja, genau, Höflichkeit, klar. Finde ich völlig in Ordnung zu fragen. Aber ich finde, sich einfach ungefragt vorstellen, was ja Vordrängeln ist, das ist egoistisch. Ja. Wer das von euch schon mal gemacht hat, hebt bitte die Hand. Was? Warum? Das war ein Ausschnitt aus dem Talkformat, wie egoistisch bist du und ich freue mich, dass einer der Autoren jetzt bei mir im Studio ist, Michael Pavletz. Heute mal, Michael, auf der anderen Seite des Tisches. Willkommen. Danke, schön hier zu sein. Wir haben gerade gesehen, niemand will egoistisch sein, aber ist Egoismus wirklich immer so schlecht? Spannende Frage, die wir uns natürlich auch gestellt haben. Und wir haben rausgefunden, dass Egoismus an sich erstmal überhaupt gar nicht schlecht ist. Da geht es um unsere eigenen Bedürfnisse, die wir stillen wollen. Vielleicht haben wir Hunger, wir haben Durst, wir wollen Musik hören, was auch immer. Und solange das Ganze nicht auf Kosten anderer geht, ist es erstmal nicht schlecht. Ganz wichtig, das fand ich auch noch interessant dabei, ist, unter welchen Umständen wir unsere eigenen Bedürfnisse da befriedigen. Das ist auch immer ganz wichtig und wird von der Gesellschaft auch ziemlich genau moralisch beurteilt. Und deswegen haben wir oft das Gefühl, dass es was Schlechtes ist. Also wir stehen da so ein bisschen auf dem Präsentierteller auf dem Moralischen. Warum habt ihr euch denn das Thema Egoismus überhaupt ausgesucht? Das hat zwei Gründe. Zum einen kommen wir bei allen Diskussionen, haben wir gemerkt, das ist ja nicht unsere erste Produktion, die wir machen, kommen wir an den Punkt, wo es darum geht, ob die, die viel haben, sei es Geld oder Zeit oder Bildung, dazu bereit sind, etwas abzugeben davon. Also letztlich ihren Egoismus zu überwinden, sodass es der Gesellschaft insgesamt besser geht. Und das andere ist, das hast du vorhin auch schon angesprochen, es gibt Umfragen, die sagen, dass die Deutschen denken, die Gesellschaft wird immer egoistischer. Fällt mir eine von Infraestimab zum Beispiel ein. Was da wirklich spannend ist, die Wissenschaftlerin, mit der wir das ganze Projekt erarbeitet haben, die sagt, das ist nur gefühlt. Denn in Wirklichkeit wird die Gesellschaft eben nicht egoistischer, sondern eigentlich immer solidarischer. Interessant. Wir haben ja gerade eben schon einen kleinen Test gesehen. Welcher hat dir denn am besten gefallen? Am besten hat mir das Diktatoren-Spiel gefallen. Da hat eine Person ganz viel Geld und es ist super spannend, was dann passiert ist. Und das schauen wir uns jetzt mal an, um was es da geht. Auf dem Tisch liegen jetzt 50 Euro. Für diese Runde nehme ich allerdings einen Stuhl raus. Es gibt nur eine Diktatorin, einen Diktatorer. Diese Person kann alle 50 Euro mit nach Hause nehmen. Es sei denn, diese Person gibt der Gruppe einige Münzen ab. Muss sie aber nicht. Stellt sich natürlich die Frage, wer soll denn Diktatorin Diktator sein? Das entscheidet jetzt ihr. Ich bin für Johannes. Also ich wäre ungern Diktator. Ich würde Jörg vorschlagen. Ja, das wäre sonst auch mein Vorschlag gewesen. Ja, warum meinst du, dass ich der Richtige wäre? Ja, ich glaube, du hast ja auch einen großen Gerechtigkeitssinn und so weiter und so weiter. Und mich würde mal interessieren, wie du mit so einer Situation umgehen würdest. Also ich muss das nicht dringend sein. Wer wäre denn für Johannes? Wer wäre für Jörg? Siehste, Johannes hat gewonnen. Das ist eindeutig. Ja, soweit also der Ausschnitt. Der Diktator konnte also allein entscheiden, was er mit den 50 Euro macht. Oder wie lief das ab? Genau. Und das war ja wirklich spannend. Ich fand auch wirklich lustig, dass erstmal keiner Diktator sein wollte. Und ja, wir haben dann gesehen, was dann passiert. Und wenn du jetzt mit Wissenschaftlern auch sprichst über diese Situation, die wir gerade gesehen haben, was zeigt denn das Experiment? Es zeigt zum einen, dass wir ständig hin und her pendeln zwischen unseren eigenen Bedürfnissen und den Bedürfnissen von anderen. Und wir sind ständig in so einem Abgleich, ist das jetzt moralisch okay oder ist es nicht okay? Die anderen können auch die Gesellschaft sein. So groß kann man das natürlich denken. Und es zeigt auch, dass es sowas braucht wie Vertrauen. Also Vertrauen in die anderen, dass die nicht egoistisch handeln. Denn, das war auch eine tolle Erkenntnis, Egoismus ist ansteckend. Das wusste ich vorher nicht. Aber ja, also wenn wir annehmen, dass andere egoistisch handeln, handeln wir sofort auch selbst egoistisch. Und wenn man sich aber reindenkt in andere, nachfragt, zuhört und die Beweggründe mitkriegt von anderen, dann ist das Problem Egoismus eigentlich ganz gut zu handeln. Danke dir, Michael. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Und wir schauen rein, wie egoistisch bist du zu sehen in der ARD Mediathek und heute Abend um 21 Uhr bei Tagesschau 24. Untertitelung des ZDF, 2020